Der eine da rechts, der bewegt sich immer in unsere Richtung mehr, ne? Ja, aber das Schlimmste ist der Typ, der hier links steht. Der ist am Schlimmsten. Ja, ich kann ja mal versuchen, ob ich von hier hinten irgendwie rüberkomme. Ich versuch's gerade. Aber die Mauer ist zu hoch. Wir haben aber eine Möglichkeit. Krauchen sie mal hier hinten. Ja. Wir können den, wenn sie den rechts nehmen, nehme ich den links. Warten sie mal. Guck sie mal, Herr Stöckel, was ich kann. Guck sie mal. Ich bin begeistert. Wenn ich den ersten leise ausschalte, und zwar jetzt, kriegt der andere da hinten nicht mit. Soll ich tun? Ja. Okay, der hat's aber mitgekriegt. Der ist doch nicht schlimm, dann lass ihn kommen. Wunderbar. Bevor der hier Theater macht. Genau. Aber aufpassen nicht, dass da... Da sind nämlich noch links welche. Da kommt was. Kommen die hier hin? Hm, ich glaube... Ich hole mal den einen Kameraden hier weg. Äh, Vorsicht, die sind links vorne. Bridges is safe as it's gonna get. Time to set those charges. Pass auf, ich nehme den Typen mal weg hier. Pick up, grabbed all I can. Dann ist der Einstiegspunkt. Ich geh mal mit der... Machen wir mal hier so ein bisschen. Ich pack den ins Gras. Ja, und machen sie mal ins Gras. Hier müssen aber noch welche sein. Ich würde gerne mal hier durchs öffne Tür gehen. Kannst du vielleicht mal aufstehen? Nein. Wie sieht das denn aus? Oh! Wer sieht mich denn da? Sehen Sie? Mich hat man nicht gesehen. Ah, ich seh ihn. Warte, ich markier den. Ich hab markiert. Ja, sehen Sie? Mich hat er nicht gesehen. Der Magnus Weibel. Ja, den hole ich mir jetzt von der anderen Seite. Findet, dass jeder, der mit dem Feind verhandeln will, erschossen werden soll. Jetzt guckt euch das mal an hier. Ich meine, sieht ein bisschen komisch aus, aber... Ein bisschen bekloppt aus, hat sie doch mal. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Ich hole mir den, hab ich gesagt. Ich mach doch gar nichts. Oh, die ganzen Autos hier. Ich möchte die am liebsten alle nachher zum Schluss... Ich will die doch nur alle mal markieren. Ah, das ist genau gegen das Licht. Fang das Licht, Herr Ochsen. Kennen Sie das noch? Ja, ja. Fang das Licht, ja. Puh, hier sind mal die Wasser... Lachen. Sollten wir vielleicht zusammenbleiben und irgendwie was machen? Ich weiß noch nicht. Nicht bevor sie wieder alleine was machen wollen, ne? Einen Renter. Stay in. Nö, ich kann nichts machen. Ich bin ja hier... Hier ist übrigens auch der Einstiegspunkt. Den werde ich mal jetzt frei machen. Wenn ich, dass der mich da sieht. Hier müsste der Einstiegspunkt sein. Ja. Hier irgendwo. Am Treckle. Nämlich ein Treckle. Geil. Kommen Sie mal jetzt hier zu mir. Ja. Da können Sie gut alles snipen. Ich habe eine erledigt. Oh. Egal. Oh, hier ist Ende. Die Gelände. Na, ring hier aus. Da rüber. Das heißt, hier wird irgendwo der Einstiegspunkt sein. Hier. Was war da immer noch? Eine Tasche oder sowas? Oder? Ich habe hier eine Panzerfaust. Das bedeutet nichts Gutes. Hm. So, hier könnte der Einstiegspunkt sein. Hier so. Irgendwie. Hier. Da, in dem Haus. Okay. Ich gehe da mal rein. Dann gehen Sie rein. Dann gehen Sie rein. So, hier ist der Einstiegspunkt. Würde ich sagen. Schlossknacken. Hoffe ich. Eine Leuchtpistole ist hier. Standortbrücke. Wunderbar. Alle drei haben wir. Jawoll. Da ist auch irgendwo dann da in der Nähe auch eine Waffenbank. Eine Waffenbank? Ja. Siehst du doch. Ich möchte das sehen. Die ist hier oben im Gebäude. Ja. Guck mal, ob ich da oben rankomme. Bestimmt wieder ein Trick. Trick? Ja, ja. Oh. Geil. Ich hab mich voll erschrocken. Ich hab zwei schon mal hier. Ja. Markiert. Auf der anderen Seite. Mhm. Ich hab die Barrikade gefunden, die wir sprengen müssen. Mhm. Aber, da ist noch die Waffenbank. Ja. Ja, oder was? Kann das sein, dass es hier einen Panzer gibt? Ja, ich hab ja eine Panzerfaust. Ja, irgendwas ist da. Wäre auch geil, wenn sie das mal markieren können. Ich hör das ja nur, was lautes hier. Bleiben sie doch mal stehen. Ach, da ist der Generator. Haben sie den immer angemacht? Hier oben ist die Waffenbank. Was die die noch nicht gefunden haben. Nicht da. Warten sie mal, hier oben ist auch was. Da war ich doch schon. Ach so. Warten sie. Dann komm ich nochmal. Leuchtpistole ist hier oben. Da ist noch ein Gegner. Der kommt jetzt. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Da sind zwei. Da muss ich doch da irgendwie rankommen. Sie haben doch immer solche tolle Ideen, ne? Ja, aber... Kommen sie mal hier die Treppe rauf. In diesem Raum ist die Waffenbank. Ja. Dahinter. Ja. Wie kommen wir jetzt da rein? Das ist ganz easy. Kann nur von außen sein. Genau. Sie müssen wahrscheinlich auf eine Höhe sein und müssen durchs Fenster irgendwie gehen. Geh mal schwer von aus, dass halt wieder so ne Ranke ist. Ah. Könnte ne Ranke sein? Na, sie müssen durchs Fenster schieben. Natürlich ist da ne Ranke, hab ich doch gesagt. Echt? Also ja. Warte, ich kümmer auch. Kommen hoch hier. Wo ist die Ranke? Da. 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 Ja. Sie haben recht. Und da ist die Waffenbank. Falls ich kümmer. Jawoll. Gewehrbank. Bam Bam. Freigeschaltet. Wann haben wir denn da? Hier ist mal wieder ein Schloss zum Knacken. Ich mach jetzt mal wieder in den Knacki. Jetzt mach ich die Knacki. Hehehe. Tadaa. Oh. Oh. Das ist ja richtig cool hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das macht uns hier ganz viel frei. Und es könnte nach unten gehen. Neugier. Neugier. Mega frei. Neugier. Makes things easier. Hä? Waren wir hier schon? Ja. Hier waren wir schon. Hä? Ich speicher mal eben. Interessant. Achso. Ah. Das ist die Tür von der anderen Seite. Ja natürlich. Ah. Versteh. Okay. So. Dann haben wir die Gewehr. Bank. Mal gucken. Hildfernrohr. Da haben wir ja nur das. Ähm. Das ist ein Überdruck-Magazin. Das können wir hier noch. Oh. Was liegt denn hier? Wo denn? Eine schallgedämpfte Sten. Ja. Hab ich gesehen. Oh. Was liegt denn hier? Kommen Sie mal mit. Warten. Warten Sie mal. Ich will mal eben gucken. Was fehlt uns noch an Briefe? Ja. Wir haben ja hier noch ein paar Gebäude, ne? Wenn wir das so sehen. Oh. Der sieht mich. Der sieht mich. Sieben Stück fehlen uns noch. Sieben? Ja gut. Mal ab. Ne, ne, ne. Warte mal. Das stimmt ja gar nicht. Wir haben ja alle Adler schon gefunden. Ja. So. Das heißt dann nur noch drei oder vier. Vier Stück noch. Ja. Hier sind aber auch noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vier Sachen fehlen uns noch. Ja. Wir gucken mal. Die könnten da drüben sein. Kommen Sie mal mit Bruntel. Ja. Bruntel? Bruntel. Dann holen wir uns die Bögen in Burschis. Mal gucken. Einer rechts, einer links oder so. Da sind die Burschis. Einer ist Burschi links und Burschi rechts. Ja. Den kriegen wir von oben aber besser. Aber wir können auch noch mal hier die Straße. Ach ne. Da sind wir hergekommen, ne. Von da, ne. Von oben? Ja sicher. Das ist doch von oben viel einfacher. Okay. Kommen Sie mal mit dir. Was sind denn hier für die Sprengvorrichtung? Kommen Sie. Wollen die denn hier sprengen? Die wollen hier was sprengen, ja. Stücke. Okay. Wer sieht mich? Ja, sie sind ja auch nicht gerade klein. Warten Sie mal. Ich könnte ihn im rechts übernehmen, der da jetzt... Na seien Sie doch mal ruhig. Hier ist doch noch jemand. Ich hab doch nicht alle markiert. Da ist doch noch einer. Oben? Der eine steht da hinten in der Ecke. Komm doch mal raus mit... Da ist er doch. Da. Und der hat was für uns. Wo ist er? Der Carsten Heydrich. Glaub den Gerüchten über ein geheimes Waffenprojekt, dass Deutschland den Sieg bringen wird nicht. Kommen wir den denn da rechts erstmal? Die anderen kriegen das ja eigentlich nicht mit. Ja. Ey, was ist mit dem... Ah. Was machst du denn? Ja komm, jetzt sind wir dran. Ach Mann, ey. Ja, ich wusste das nicht. Nein, 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 nein. Ich hab doch einen Schally drauf. Mann. Wieso haben die das Ding gehört? Mann, ey, ehrlich. Da hinten ist doch einer. Ja, da sind mehrere. Warte. Oh, mich sieht einer. Ja, das ist der mit dem Brief. Ne, ne, da ist noch einer hinter. Hinter dem Haus. Der rannte da gerade rum. Lass die erstmal rennen. Tut mir leid. Ich hab gedacht... Da! Ist er. Oben. Was ist denn los mit dir? Ja. Warum triffst du die nicht? Ja, ich... Ich hab ne ziedrige Hand. Ich muss mal bei den Einstellungen bisschen was verändern. Aua. Lass ihn schießen, den Spinner. Alter! Hör doch auf! Also... Hörn sie mal! Wenn der rennt, dann treffen sie den nicht. Ja, ja, der war aber eigentlich... Ja, ne, war er nicht. Jetzt hören sie einfach mal auf. Warten sie mal, da redet irgendeiner. Einer kommt. Wir haben jemanden übersehen. Ja, die beruhigen sich wieder. Hauptsache, da kommt kein Panzer. Ja, ich glaub, hier unten ist einer. Halt sie mal die Treppe im Auge. Da unten ist nur einer. Markier den nur. Versuche es gerade. Ist markiert. Okay, danke. Jetzt bleibt unten. Ja, die kommen hier rüber, ne? Ach. Vielleicht sollten wir auch gar nicht hier bleiben, ne? Stellungswechsel? Ja, auf jeden Fall. Äh, der mit dem Brief. Komm! Warten sie mal, der mit dem Brief. Komm! Ach Gott. Der mit dem Brief. Ja, du hast doch schon genug Scheiße gebaut. Jetzt komm. Ja. Komm hier hin. Beeil dich. Gut. Irgendwann beruhigen die sie auch wieder. Die müssen ein bisschen was an ihrer... Ja, ich weiß. Ich bin ein bisschen zitterisch. Warten sie mal. Ich nehme mal Ziel... Haben sie alle wieder beruhigt. Ich nehme mal Zielwasser. Schmolz. Die haben sich alle wieder beruhigt. Puh. Ein Nizza. Gucken sie mal rechts da. Wo rechts da? Wenn sie jetzt so schön verschießen können. Da so. Ja, ja. 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 Sollen wir rechts rum? Rechts rum? Rechts rum geht nicht, ne? Rechts rum geht nicht. Na, wir müssen da loschen. Oder? So, jetzt kommen sie wieder mit nach oben. Wer sagt denn, dass wir rechts rum nicht können? Na, ich. So, wir kommen. Ja, dann gehen sie doch. Ach ne, das ist Tacheldraht. Okay, sie haben right. Wir haben sich auf jeden Fall wieder beruhigt. Hm. So, wir wollen wieder schön nach oben gehen. So wollen sie das machen. Hm. Hm. Soll ich das andere oben mal nehmen? Aber eigentlich... will ich das auch mal machen, ne? Der Erbe! Hab ich mir jetzt nicht noch? Bin ich voll erschrocken. Haben sie es gemerkt? Jetzt sind sie wieder alle gelb. Hm. Der sieht nicht. Da ist er. Ach, den wollte ich doch haben. Äh. Haben sie beide jetzt? So. Sind die beide? Oh. Lässt der einen gar keine Chance mehr. Doch, sie dürfen jetzt sprengen. Oh, ja. Dann nehmen sie das sofort in die eigene Hand, ne? Ehe ich wieder scheiße baue, ne? Absolut, ja, genau. Hm. Kommen sie, wir sprengen. Ja, aber vielleicht ein bisschen schmolz. Ja, aber vielleicht ein bisschen schmolz. Was, was? Ja. Der eine liegt dahinter. Die müssen wir uns gleich als erstes holen. Ich hoffe, dass wir gleich auch über die Brücke kommen. Warten sie mal. Warten sie mal. Hören sie mal auf. Ich hab schon, äh, verbunden. Wir können jetzt, äh... Kommen sie mal her. Sprengen. Hm? Ähm... Ja gut, dann sprengen sie. Kommen sie. Kommen sie. Wir sprengen jetzt. Warum rennen sie so? Weil ich ihnen nicht traue. Nein, wir sprengen jetzt hier. Sprengen sie. Wir werden jetzt hier sprengen. Wo rennst du denn hin? So. Ja. Eins. Drei. Alles in Deckung. Sprengung. Achtung. Achtung. So. Sind sie bereit? Ja. Rechts frei, links frei? Ja, mach fertig. Okay. Drei. Zwei. Eins. Oh. Oh, ich hab's geahnt, ey. Der kommt genau dahin, wo ich sitze. Scheiße. Alter. Hier war ne Panzerfaust. Ja, ich hab sie hier unten liegt sie. Nehmen sie sie. Okay. Dann nach oben. Dann nach oben. Feilig. Ja, ich bin da schon oben drüben. Da fährt er. Ja, ich soll zum Fenster gehen, hat er gesagt. Wo ist er? Ja, ne, hier. Zu dem hier. Da. Da. Jetzt kommt er. Da. Da kommen sie hier. Da ist er. Ach, der fährt immer vorn zurück. Ja, so treffe ich den aber nicht. Da müssen wir vielleicht rüber in das andere Haus. Dann müssen wir über die Brücke, das ist scheiße. Nö, der steht doch jetzt da. Los. Habe ich die jetzt fallen gelassen, die Panzerfaust, oder habe ich die? Ich weiß nicht. Ich glaub sie haben die. Ja, ich hab sie. Aber ich bin mir nicht sicher. Ne, sie haben die nicht, ne? Doch, ich hab sie in der Hand. Okay. Der Panzer steht da. So kann ich nichts machen. Der fährt da ein bisschen hin und her. Gehen sie mal panzern. Ja. Der Feind weiß, dass Panzer... Achso. Der Feind weiß, dass Panzer... 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 Der Feind. Wäre schön gewesen, wenn sie nicht mal hätten vorgefahren. Passen sie schön auf. Na ja. Passen sie schön auf. Sie sind ein Spaß. Du? Wie bitte? Oh Scheiße. Ich hab noch eine Panzerfaust. Ja. Einer hab ich noch. Ich hab hier einen erledigt. Aua! Er tötet mich. Nein. Doch. Nein, das darf der aber nicht. Er wird mich töten. Da steht ja direkt vor mir hier, der Panzer. Der Panzer? Mhm. Guck mal. Aua! War das der Panzer? Ich glaube, das war der Panzer, ne? Sie können zu mir der Panzerjäger sagen. Panzerjäger? Ja. Oh mein Gott. Ich kann mir zu ihm hören. Ich hab's aber jöd gemacht. Oh, was ist das hier? Der Panzerjäger? Sind der Panzerknackel. Der richtige Panzerknackel. Wo ist der Typ mit dem Brief? Ja. Oh nein. Ich glaub der ist hier, oder? Ich glaub ihn. Ja. Äh. Hä? Ich dachte, sie haben ihn. Der war doch hier. Ja, sie haben die beide getötet. Drei hab ich getötet. Ja, sie haben die... Aber der war doch hier mit dem Brief. Ja, sie haben getötet. Oh, scheiße. Ich hab den doch hier erledigt, Mann. Ich glaub ich hab den nicht. Der war doch hier. Ich hab den doch von... Der war doch hier hinter. Den hab ich doch erledigt. Hier war der. Ihrs Gebiet verlassen ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Hier liegt noch ne Knarre. Ja, der Typ liegt auch noch hier. Ja. Hier, guck mal. Wo bist du denn? Hier im Geböde. Ja, der liegt aber hier. Ich will gucken, ob hier noch irgendwas drin ist. Weil uns fehlen ja noch Briefel. Ja, absolut. Und sowas. Ja, oder weniger Systematik. Ach, das ist ja nicht wieder so ein Leder. Also ich hab eigentlich den Typen erledigt. Hm. Wir sind überall Panzer. Mit dem Dings. Aber der ist nicht da. Ja. Dann ist ja noch schlimm genug, dass der gar nicht da ist. Hm. Scheiße. Was machen sie da? Ja, ich guck mir alles an hier. Weil uns ja noch Sachen fehlen, ne? Ach, da war er. Aber Panzerfeuße wären aber jetzt genug hier gewesen, glaube ich. Oh, ist das so. Ich hätte ihn von allen Seiten wegmachen können. Aber na, irgendwie Höhe. Das ist interessant. Da ist ein Rutsche. Da kommen wir gar nicht so hin, ne? Guck mal was. Geböt. Das Ding ist geböt. Ich guck mir hier noch alles an. Was fehlt uns denn jetzt eigentlich noch? Uns fehlen noch die Adler. Die müssen wir noch wegmachen. Die drei. War das? War drunter gefallen. Das ist ne PZB. Mich nervt das gerade, dass der Typ mit dem Brief dann nicht mehr liegt. Scheiße, Mann. Ich muss mir auch nicht auf alles schießen, ne? Ja, haben sie doch auch gemacht. Nicht so wirklich. Müssen wir doch jetzt nicht die Schuld in die Schuhe schieben, hier. Ja, einer muss ja die Schuld haben. Die ballern ja auch immer unnötig rum. Ah, na. Hier hab ich den erschossen. Hier. Hm. Du hast ihn noch nicht durchsucht hier. Komm mal her. Hm. Wo sind sie denn jetzt schon wieder? Hier. Ja, hier. Hallo. Ja. Ja, du such den mal hier. Der liegt doch hier. Ich geh zu weg. Und hier war der. Ja, aber... Hier ist nix. Verdammte Scheiße. So, Freunde. Ich würd sagen... Verdammte Scheiße, ja. Wenn wir die Adler jetzt machen, ne? Ja. Aha. Ja, was dagegen? Eine Adler ist hier oben, ey. Hab ich den gefunden, ne? Da. So, darf ich? Na, ja. Adler Nummer eins. Adler Nummer eins. Hä? Da. Okidoki. So. Gehen wir zu Adler Nummer zwei. Adler Nummer zwei ist hier. Dann gehen wir da mal... Da hinten ist er. Kommen sie mit? Nein. Oder bleiben sie hier? Ich komm mit. Die treffe ich doch von hier? Ja? Ja. Nee, doch nicht. Da bin ich zu klein für. Ich muss auf der anderen Seite. Haben sie mit? Haben sie jetzt eine Ecke gepinkelt? Nein. Nein. Ich suche hier die Gegner. Ich halt. Das ist nur was... Höch da oben auf dem Berg. Oder so. Jetzt müsste ich den aber kriegen von hier aus. Ja. Von hier aus kriege ich den. Okay. Weil ich erhöhe mal... Das sind bestimmt 300 Meter. Ja. Ja. Bam, bam. He shut him down. So. Und jetzt brauchen wir noch den letzten. Den hole ich mir mal. Der ist wo? Der ist da, wo ich ihn jetzt sehe hier. Vielleicht. Mal kücken. Hehe. Mal kücken. Aber gehst du da nicht drauf. Uli? Auch nicht so eine Scheiße mit mir. So. Dann hole ich mir jetzt den letzten. Dann sollte ich auch von hier fliegen. Da müssen wir wohl zu sehen sein, ne? Ich denke, ich muss hier verriegeln. Ich glaube, von dem Turm kriegen sie den aber besser. Ja, ja. Ich werde auch auf den Türmchen gehen. Wir gucken uns das mal an. Da hinten ist der. Ja. Warte. Nee, den sehe ich von der Seite nicht. Nee, da müssen wir noch ein bisschen weiter rüber, ne? Müssen wir rüber auf die andere Seite. Den anderen Turm. Anderen Turm? Maybe. Maybe. Ich glaube, der ist ein... Den linken Turm? Ja, ich denke mal. Nee, ich glaube, das ist von der ganz anderen Seite. Oder von dem Turm. Ja, ich glaube, das ist er von der ganz anderen Seite, ne? Haben wir hier alles durchgeholt? Hier waren wir doch noch gar nicht. Echt nicht? Nee. Also ich glaube, dass wir hier nicht waren. Aber machen Sie. Kommen Sie. Wir haben schon 28 Minuten. Ich weiß. Letzten Adler holen. Los. Ja, ich guck mal, dass ich den vielleicht von hier krieg. Aber ich glaube, der ist ganz von der anderen Seite des Gebäudes. Wollen wir mal mit den Briefen, äh, äh... Ja, wir müssen... Schicken wir die nach, oder? Der ist von der ganz anderen Seite, aber ich versuche ihn mal. Ja, den Kopf kriegste. Den Kopf krieg ich vielleicht, ne? Den Kopf würdest du kriegen. Warte. Ich brauche einmal das große Gewehr. So, ich versuche es. Äh. Warum nimmt der denn? Hä? Ich könnte. Nein, 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 nein. Ich kann. Nein. Finger break. Ich kann. Ach, ich mach... Ich mach die falsche Taste so jetzt. Uff. Und das war der dritte. Das war der dritte. Ja, aber, äh, die Briefe liefern wir nach, oder wie machen wir das? Wir gucken mal eben. Wir gucken mal eben. Was fehlt uns denn noch? Genau. So, wir schauen mal eben, die Sammelobjekte. Also, vier Stück. Eins, zwei... Eins, zwei... Drei... Drei... Und noch ein Objekt fehlt uns, ja. Die Adler haben wir alle. Adler haben wir, zeigen wir, da, da. Die drei Werkbänke haben wir. So, fehlt uns noch ein... Ein... Das Feuerzeug? Wie Feuerzeug? Naja, zumindest sieht's aus. Ich hab kein Feuerzeug. Geheimdokumente? Ja, die nennen sich so, äh, das sind diese, äh, Medaillen oder was auch immer. Ja, zwei Stück fehlen uns davon. Ja. Ein Brief, zwei Geheimen und ein, ein so'n... Also, die Suche nach dem Heuerhaufen wieder? Mal wieder. Aber, ich weiß nicht, liefern wir das nach? Ja, klar, haben wir doch immer gewonnen. Genau, das machen wir auch. Wir liefern das nach, Leute. Also, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim Nachgelieferten. Okay, ciao. Tschüss.